Willkommen zurück zu einem neuen Flug in Prepare 3D Version 3.2 inzwischen. Heute wieder mit dabei ist der Jan. Hallo. Genau, und wir fliegen heute zusammen vom Flughafen Berlin-Schönefeld nach Nizza an die Côte d'Azur in Frankreich. Und unser Flugzeug ist heute mal ein bisschen was Besonderes. Wir fliegen nämlich heute mit dem Flugzeug von EasyJet, was anlässlich der Eröffnung, also EasyJet hat eine neue Basis in Amsterdam eröffnet letztes Jahr. Und für diesen Anlass wurde extra ein Flugzeug beklebt in dieser Niederlande-Bemalung mit Tulpen und Amsterdam. Die Registrierung Golf, Echo, Zulu, Delta November, so. Und, ähm, ja, da wurden jetzt, glaube ich, vier oder fünf Flugzeuge schon stationiert. Und deswegen hat EasyJet einfach mal eine ganze Maschine beklebt. Und ich dachte mir, das sieht eigentlich ganz schön aus. Und deswegen haben wir einfach mal die Maschine heute genommen. Unser Flug heute, ähm, Easy4545. Ähm, ungefähr ein Flugzeug, so eine Stunde 50 nach Nizza. Und, ähm, wir fliegen hier noch vom alten Flughafen Schönefeld. Natürlich wie in Realität, da hinten, der Flughafen, der ist noch nicht offen. Und, ähm, ja, ich würde sagen, Boarding ist completed, so gut wie. Und ich würde sagen, wir können euch mal kurz ein kleines Briefing geben. Oder hast du noch irgendwas zu sagen sonst vorher? Nö, eigentlich nicht. Ähm, außer dass bei mir ja noch die Gepäckstücke gerade noch eingeladen werden. Ah ja, da kommt, glaube ich... Aber das wird auch nicht mehr besonders lange dauern. Ja gut, nee, das ist gerade verschwunden, das Fahrzeug bei mir. Genau. Genau, dann würde ich sagen, ähm, wird Jan euch einfach mal ganz kurz einen kleinen Abriss darüber geben, was wir jetzt hier gleich, oder wo entlang wir gleich abfliegen. Und, ähm, ja. Genau, ich werde es zumindest versuchen. Äh, vielleicht eine Sache noch, bevor wir dann mit dem Briefing anfangen. Wie ihr schon seht, also zumindest bei mir. Äh, ich sitze auf dem linken Sitz. Lennart ist vielleicht auch schon wieder ins Cockpit reingehüpft. Er sitzt rechts. Die Aufteilung ist dann also heute so, dass ich der Käpt'n bin. Lennart ist der FO. Aber Lennart wird auch fliegen. Und ich werde funken. Also Lennart ist Pilot Flying und ich Pilot Monitoring. Genau. Das Flugzeug kann man jetzt soweit noch nicht vorbereitet. Also wir müssen dann noch durch die restlichen Flows durchgehen. Und ich versuche euch jetzt mal ein ganz kurzes Briefing zu geben. Wir stehen hier auf der Position 5-9. In Schönefeld müssen wir dann wahrscheinlich über Taxiway Kilo zur Runway 2-5-Ride raus taxeln. Das ist allerdings dann auch auf unserer Seite sozusagen schon. Also wir müssen nicht über den halben Flughafen taxeln. Das geht dann über Kilo 4 wahrscheinlich zu unserem Holding Point Runway 2-5-Ride. Übrigens hier in Schönefeld haben wir keinen ATC. Wir werden dann aber im Verlauf des Fluges ein bisschen Centerlotsen haben. So sieht es zumindest aus, ne, Lennart? Ja, genau. Die Bahn hier in Schönefeld ist 3600 Meter lang, 45 Meter breit. Wir gehen dann über die Klaasdorf 2. Wollen wir selber nochmal nachgucken. X-Ray. Alpha war es, glaube ich, oder? X-Ray, genau. Sit raus. Da gehen wir erstmal in Runway-Richtung. Das sind 248 Grad bis nach Delta Bravo 2-5-1 und dann im Left-Turn mit Maximum 220 Knoten nach Delta Bravo 2-5-7 und dann schließlich nach Klaasdorf. Das ist Kilo, Lima, Foxtrot. Vielleicht noch ein bisschen was zum Wetter hier in Berlin heute. Ihr habt ja gerade gesehen, in der Außenansicht eigentlich wunderschönstes Wetter. Ja auch. Machen wir nochmal schnell ein Update. Wir haben allerdings relativ starke Winde aus 230 Grad mit 11 Knoten. Wir haben also auch direkt diese 11 Knoten Gegenwind beim Take-off. Lennart ein bisschen aufpassen müssen. Aber allerdings Kev okay. Das heißt, wir haben keine relevanten Wolken, Hauptwolken, Untergrenzen und die Sicht ist über 10 Kilometer. QNH ist 1009 Hektopascal. Das können wir uns auch gleich eindrehen. Und es gibt keine signifikanten Veränderungen zu erwarten. Ganz kurz, kann ich die Türen schon schließen? Ja. Heute, weil bei mir ist es nämlich auch gerade beendet. Mit dem Boarding. Genau. So, ich gehe mal noch durch die restlichen Flows durch. Ich mache mal die Fuel Pumps an. Genau, wollen wir noch ganz kurz Take-off Briefing machen? Achso, genau. Machen oder wollen wir das gleich machen? Ne, das machen wir gleich, genau. Wie gesagt, es geht ja auf der 25Ride hier raus. Wir werden heute die Engines deraten. Ich gehe nochmal gleich aufs Display hier nach unten. Performance und zwar mit 67 Grad D-Raten. Das ist eine Flaps One Departure. Unser Stabilizer Trim ist ab 0,5. Und das ergibt V-Speeds von V1 1.5, Correction 148 wie Rotate 148 und V2 148 Transition Altitudes 5000 Fuß, wie üblich in Deutschland hab ich noch irgendwas vergessen? Nur Emergency beim Start noch In case of Engine Out machen wir dann einen Left Turn nach dem Takeoff Richtung Glasdorf und werden da ins Holding gehen beziehungsweise Anweisung für eine erneute Landung auf der 25 beim Start unter 100 Knoten recheckten wir für alles über 100 Knoten und unter V1 dann nur noch für Engine Fire, Engine Damage Structural Damage oder irgendwelche anderen Schäden, die uns an einem Takeoff hindern könnten und dann über V1 sind wir natürlich zum Takeoff committed Noch Fragen? Keine Fragen mehr, alles geklärt, perfekt Sehr gut Ich hab lange kein Briefing mehr gemacht was man merkt Ja, ich hab einfach mal zugehört aber war alles dabei, super Super Sache Ja, genau Das hat nicht mit dem realen Briefing zu tun aber ich glaub, hauptsache wir wissen dann was zu tun ist Ja, das passt Ja, dann Taxi und Takeoff So, warte mal ganz kurz ich muss nochmal ganz kurz was ich nämlich gerade gemerkt habe ich muss nochmal ganz kurz Actors Sky aktualisieren warte mal eben Okay So, genau Jetzt hab ich auch wieder die Aufnahme angemacht So, ihr seht jetzt auch hier wir haben jetzt reales Wetter Das hab ich gerade nur mal vergessen gehabt deswegen aber hab ich ja noch vorher zum Glück gemerkt Aber es war eigentlich wahnsinnig anders das Wetter, oder? Nee, das ist jetzt sind nur ein paar Wolken jetzt am Himmel noch dazu Ah, okay, gut Ich mach uns mal die APU an in der Zwischenzeit Genau Ich würde sagen, ich mach mal kurz die Fenster zu Ich kann das auch bei die auch zu machen Genau So, die APU geht an, genau Wir haben jetzt soweit eigentlich auch schon alles gemacht was wichtig ist die Doors und Cargo Doors sind auch alle schon geschlossen und die Rutschen aktiviert Genau Und Seed Belts sind auch schon an, wie ich das hier so sehe Das passt alles sehr schön So, Fuel Pumps hast du auch schon angemacht, sehr gut So, dann schauen wir mal auf die APU Genau, wie sie so hochläuft Noch haben wir keinen Strom, aber wir müssen eigentlich gleich losgehen Genau Und wenn wir dann Strom haben, dann hänge ich mal kurz die Ground Power ab Genau Und dann können wir nämlich auch Ich setze mal kurz die Parking Brake schon Dann können wir nämlich auch die Beacon Light anmachen Stimmt So, APU Strom haben wir Schaltest du oben an? Ja, hast du schon Ist schon an Ich mach auch die Bleeds mal noch an Genau, sehr gut Und dann mache ich nämlich die External Power weg und so weiter Genau So, dann können wir nämlich noch Beacon Light auch schon anschalten Und dann darf jetzt nämlich ja keiner mehr unter den Flieger Und ich mach mal Das habe ich nämlich gelernt Das war auch ein Kommentar unter einem der letzten Videos Man sollte also beim Pushback Muss man nicht machen Kann man machen Ist SOP abhängig Wir machen es einfach mal Das Nose-Wheel-Steering-Disconnecten Kann man hier im Airbus machen Genau Also dann kann man es ja auch mal ausprobieren Oh, das war Wo hast du das gemacht? Der ist hier direkt am Neben dem Upper E-Cam Rechts daneben Ah, okay Da steht eigentlich Skid und Nose-Wheel-Steering Und das kann man disconnecten Also die Idee dahinter ist Dass logischerweise in der Pushback-Truck dran ist Dass nicht auf einmal du anfängst Über den Stick da Kräfte auszuüben Auf das Nose-Wheel Achso, ja gut, das wäre nicht so gut, da hast du recht Genau Was normalerweise nicht nötig ist Weil die machen ja den Gear-Pin rein Da kann sich dann eh nichts mehr drehen Aber das ist so eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme Ja, damit schalten sie ja sowieso die Hydraulik dann da ab Genau So Dann würde ich sagen Before-Star-Checklist noch, oder? Genau Mal schauen, ob alles soweit Für die Before-Star-Checklist Wir können uns mal einen vernünftigen Squawk noch geben 2000 Ach ja, genau Das habe ich ganz vergessen Wenn kein Lotse da ist, vergisst man das irgendwie immer Dann machen wir die Before-Star-Checkliste Cockpit-Preparation Äh, Completed Wheel-Shocks Removed Warte, das gucke ich auch nochmal Weil das müssen beide kontrollieren Mhm Sind removed Kevin Sainz Äh, Aron Adios Äh, Nav Fuel-Quantity Fuel-Quantity 8.7 Tonnes Take-of-Data Ähm, Take-of-Data-Set And Barrel-Reference Äh, 1009er-Set 1009er-Set On my side as well Windows and Doors Closed and locked Closed on my side Beacon Beacon is on Thrust-Levels Idle Und Parking-Break Is on Before-Star-And-Pushback-Checklist completed Sehr schön So, dann rufe ich mal Pushback her, ne? Genau Und ich mach mein GSX mal aus Beziehungsweise mach mal Reset Position Damit die hier abhauen Okay, wir können nur straight Pushback machen hier Ah, okay Ja gut, der wird uns auf November 2 Zurück pushen Und dann müssen wir halt Nach links über Kilo vor So 2-5-5 Gut, du lotst mich dann da einfach durch So, also ein Lotse ist jetzt auch nicht mehr online gekommen Hier in Berlin Der wird sich auch schon bei uns melden Ja, klar Hier links neben uns haben wir noch eine A321 Hab ich gesagt, eine Haha Einen A321 von Euro Berlin, wie hieß er? Ja genau, Euro Berlin war's, glaub ich Aber der steht da noch friedlich Also, kann man so pushen Hauptsache, der lässt uns in Frieden Ich werde es einfach mal bei Unicom announcen, dass wir das tun Genau Da sind wir mal ganz brav EDDB Traffic Pushback Stand Five Niner Stop So, jetzt wird gerade unten noch Gear Schon mal So Locking Gear Und jetzt müsste es gleich losgehen Übrigens, was wir vergessen Oder was ich auch noch im Briefing vergessen hab War das Initial Climb Auf der Kastorf 2X Das sind nicht 4.000 Und die stelle ich jetzt auch mal Ups Haha, da wollte ich gerade schon Stell wir die auch mal ein So, genau Und, äh, starting pushback Okay So, und Freigabe zum Triebwerk starten ist auch gegeben Dann machen wir das mal Starting number 2 Starting number 2 Ich hoffe, EasyDog benimmt sich heute bei mir Ja, ich bin mal gerade mal hier draußen und schaue mal ein bisschen rum Ja, das ist eine gute Idee Ja, ich muss nur gleich dann announcen Wenn das erste Triebwerk schon mal stabilisiert ist Aber das wird schon werden Bei CFM Triebwerken geht das schnell Aber es ist wirklich eine schöne Lackierung Ja, die gefällt mir auch Und wir sind glaube ich auch mal im EasyJet geflogen, oder? Ne, zumindest nicht im Shared Cockpit Auf keinen Fall, ja Aber du bist schon mal bei YouTube EasyJet geflogen, ne? Genau, da bin ich schon mal EasyJet geflogen Mit der 200. Maschine, glaube ich, oder was das war Ah, okay, cool So Für mich ist es eine Premiere Ja, genau, da bin ich nämlich von Gatwick nach Düsseldorf geflogen Genau, das war mein erster Flug bei Iwao sogar Okay So, Engine number 2 stabilisiert Okay, starting number 1 Und ich habe auch mal die Uhr angemacht Damit wir wenigstens eine haben Ja, genau Chrono werden wir hoffentlich heute nicht vergessen Ne, da achte ich immer jetzt drauf Ich schaue mal, dass ich das nicht vergesse So, ich schaue mal jetzt hier hinten raus, ne? Sonst muss ich das nämlich mal stoppen Wenn wir jetzt hier nämlich schon Ja, stimmt Warte mal Schauen wir mal raus Okay, ich stoppe das mal, ne? Okay Äh, stopp hier Es geht sonst ein bisschen zu weit nach hinten Setz du die Parking Brake? Ja, mache ich Parking Brake ist set Gott So, dann schauen wir mal Und Engine number 1 ist stabilisiert Okay, perfekt Dann gehe ich mal durch Du sagst, wenn die weg sind vom Genau, dann vorher würde ich jetzt nichts machen Ne, genau Ich weiß jetzt nicht, ob das wie bei der 737 ist Dass man das auf einen Fälle lassen sollte, aber Ja, ich glaube schon Weil so weit du irgendwie Druck auf die Hydraulik gibst Besteht halt die Gefahr, wenn er die Gear Pins rauszieht Dass da was sich verschieben kann So, Tote Truck ist disconnected Sehr gut Dann machen wir mal den Rest der Flows So, perfekt Genau Und wir brauchen die Flight Control Page Und wir haben Stabilizer 0,5 Up Genau So, dann mache ich mal Flight Controls, ne? So, dann mache ich mal den Rest der Flows Right ist klar Full Left Full Right Full Right Neutral Full Up Full Down Neutral Radder Full Left Full Right Neutral Flight Control Check completed So, dann sage ich mal, dass wir Taxien Genau Genau Und ich werde jetzt gleich mal auf meinen Chart schauen Dann kann das hier nämlich losgehen Around Chart So Ne, das war das Falsche Das war Parking Chart Obwohl das müsste uns eigentlich fast auch genügen, aber Ja, alles So, wir sind jetzt Das reicht nicht ganz bis zur 2,5 Right, ne? Ja, genau Also ich würde sagen, jetzt hier links und dann nochmal links, ne? Left and left Genau Links November 2 und dann left Kilo 4 Gut, dann löse ich mal die Parking Break Genau, ich mache dir mal das Taxilicht an Perfekt, das ist super Ja, kann es losgehen, ne? Gut So, genau Bewegt sich auch alles hier sehr gut Sehr gut Ja, die Frames sind hier ein bisschen, ne? Grenzwertig Mhm Aber das liegt wirklich an Berlin, glaube ich Vor allem jetzt gerade hier beim Drehen Ja, beim Drehen ist ein bisschen ruckelig Die Frames sind eigentlich in Ordnung, weil ich glaube es sind irgendwas um die 25 Aber es ist wirklich, ja wohl, ne? Deutlich weniger 20 mit der Aufnahme Ja, genau Warte, ich schaue mal kurz Bei mir sind es gerade 18 Ja, es ist halt Berlin Kann man nichts ändern Jetzt hier links, ne? Genau, auf Kilo 4 Machen wir mal kurz einen kleinen Break, check Äh, mal gucken Hast du gebraked? Ja Ja, Zero and Free Gut Ich verfolge das mal bei EFB mit Dass wir auch wirklich richtig taxeln Ja, ich biege jetzt hier mal links ab Ja, genau Hier links ist auch wirklich Kilo 4 Ich habe mir jetzt mal Ja, sorry Ne, du, sehr Ähm, ich habe mir jetzt mal hier zur Herze genommen Dass ich nicht mehr so ganz schnell Mein Taxi durchführe Ja Ich bin sonst immer ein kleiner Raser gewesen Ja Na, okay So Ne, was ich gerade sagen wollte Ist für die unter euch Die auch Schönefeld haben Als Add-on Wir hatten das Problem Nämlich vorhin auch gerade wieder Im Prepare zumindest Gibt es ein Problem mit den Gebäuden Vom neuen Teil Die sieht man nicht notwendigerweise Wenn man das Äh, wenn man sich direkt auf dem Airport spawnt Was dann hilft Ist einfach erstmal auf dem anderen Airport Spawnen Und dann wieder zurück nach Schönefeld Oder eben gleich am Anfang auf dem anderen Airport Und dann nach Schönefeld Genau Äh, kurz was noch zum Airport Wir sind hier auf dem Airport Von Mega Airport Berlin-Brandenburg Von, also Released von Aerosoft Und produziert von Lime Sim Äh, 29 Palms So eine Kooperation war das Und ähm, ja die haben das eigentlich ganz cool gemacht Äh, hier einfach geradeaus ne Genau Die haben das eigentlich ganz cool gemacht Ihr habt so ein Konfigurator dabei Da könnt ihr ganz frei entscheiden Ob ihr jetzt wie in echt fliegen wollt Den neuen Flughafen noch geschlossen haben wollt Oder halt, ähm, sozusagen fiktiv fliegen wollt Ähm, und mit dem geöffneten Könnt ihr selber entscheiden Oder ob ihr Wintertexturen haben wollt Welche Texturauflösung Ob ihr 3D-Gras haben wollt Ob ihr die volle Beleuchtung haben wollt Alles sowas Könnt ihr alles einstellen Und so halt auch eure Frames bestimmen Und ja Man sieht ja schon Also es ist auch schon gut Dass es sowas gibt Weil meine Frames sind ja auch gerade nicht wirklich gut Ja Genau Und es gibt auch einen Ganz normalen Prepaid 3D Version 3 Installer Also keine Probleme Ganz nett Genau Und der ist eigentlich wirklich schön Ja Es wäre natürlich noch schöner Wenn man den neuen Teil auch tatsächlich benutzen könnte Richtig Was man natürlich machen kann Wenn man offline fliegt Kann man ja machen, was man will Aber wenn man online fliegt Und wenn man es realistisch haben will Dann geht das natürlich nicht Also hier auf IWOW zum Beispiel Kann man auch so wie in der Realität Nur die rechte Landebahn Also die nördliche Landebahn benutzen Und nicht die südliche Weil die ist in der Realität auch dicht Und man kann auch nicht am 9. Terminal parken Außer man ist eine Frachtmaschine So Wunderbar Dann würde ich sagen Wir machen mal kurz eine Before-Take-Off-Checklist Und ich würde jetzt einfach noch mal kurz hier stehen bleiben Genau Wir haben ja alle Zeit der Welt Richtig Flight Controls Checked Flight Instruments Checked Take-Off Briefing Confirmed Flaps Config Flaps 1 plus F V-Speeds und Flex V1 148 V-Rotate 148 V2 148 Flex Temperature 6, 7 Checked ATC Set Ike Memo Take-Off No Blue Ja da haben wir die Above the Line Ne to the Line Completed Und jetzt rollen wir noch ein bisschen vor Und machen die Den Rest oder Und ich mache in der Zwischenzeit Die Lichter an und die ganzen Quatsch Kannst du schon mal die Runway Turn-Off-Lights anmachen und sowas und die Landing-Lights würde ich dann fast auf der Runway erst anmachen oder? Ja stimmt Genau Die mache ich nochmal aus Aber unseren T-Cast mache ich mal an Genau das ist super Also ich muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen jetzt so im Shared Cockpit zu fliegen Ich bin echt ewig nicht mehr geflogen Oder beziehungsweise wir sind ewig nicht mehr zusammen geflogen Ja Das heißt wenn heute nicht alles ganz so läuft wie es sein sollte von den Flows her dann Sorry Das stimmt Wir sind nicht mal zwischendrin Offscreen geflogen zusammen Ne Nicht mal das Das war glaube ich eher hier weil meine Stimme komplett weg war Aber ja Also Stimmt So Left ist clear Ja Ja Left ist clear und Runway 25 Right ist identified Dann mache ich mal die Lichter oben an ne Und dann machen wir den Rest noch Cabin Crew Is advised T-Cast T-A und R-A Engine Mode Selector Normal Und die Packs R-On Na gut Dann sind wir fertig Gut Lichter sind an Lichter sind an Sehr gut So Mensch meine Frames Gut dass wir gleich weg sind Ja das ist hier auch Also ganz schlimm So Dann würde ich sagen Rolling Takeoff Und Chrono On Chrono On Genau And Takeoff Engines are stabilized Manflex 67 SRS Runway Check 100 Nuts Checked V1 Rotate Positive Climb Gear Up Gear Up Gear Up Du musst glaube ich ein bisschen mehr steigen Ja ja ich bin schon dabei Bin ich gut über die Flap Speeds drüber So Dann würde ich mal sagen Thrust Climb Set Ups Alter So Jetzt genau Checkt Und die Flaps hoch oder Genau Flaps hoch Flaps Up Und wir können jetzt Warte mal nur eben kurz Können wir noch gleich einen Autopilot reinsetzen Autopilot 1 Is on Gut Perfekt So Ich gehe gleich mal Mit der Höhe Achso ne du bist der Pilot Flying Was mache ich denn Ja ich gehe gleich mal hoch Genau So auf 38.000 Genau Perfekt Machen wir Open Climb Oder einfach Climb erstmal oder Ja ist egal So dann würde ich sagen Bevor wir es vergessen Machen wir noch ne After Takeoff Checklist Genau After Takeoff Checklist Landing Gear Is up Flaps Retracted Packs Are on Und Barrel Reference Standard Set Standard Set Und Cross Checked After Takeoff Checklist Completed Perfekt Und jetzt sehen wir hier nochmal rechts Berlin Und da hinten auch nochmal Tegel Oh ne das traue ich mich gar nicht hinzugucken Bei den Frames Das ist gar nicht Tegel Ich glaube das ist äh Das ist Tempelhof Sorry Tegel ist irgendwo weiter noch im Norden Da hinten das sieht man wahrscheinlich gerade gar nicht Weil wir hier gerade noch hier die Strebe im Blickfeld ist Aber das sehen wir gleich Wenn wir Ein bisschen mehr da weg sind noch Ja Wir machen jetzt eh nochmal diesen Left Turn Können wir den Flughafen auch nochmal sehen Stimmt Aber sehr schöner Abflug Und es war gar nicht so Schlimm wie ich dachte Und auch mit der Empfindlichkeit von deinem Joystick ging oder Ja genau ich habe heute mal probiert Ich habe halt ganz langsam erstmal Und dann muss ich halt ein bisschen mehr Und zwar wurde es nix Aber es ging eigentlich ne Ja ne absolut War eher noch ein bisschen zu langsam rotiert Als zu schnell Ja genau Ich habe halt diesmal mal ein bisschen gedacht Ich passe mal ein bisschen auf Aber so sind wir hier hinter uns Bin ja gerade mal draußen Zum Flughafen noch Die Wolken sind aber jetzt davor Als wenn die Fans auch deutlich besser Ja ne So 10.000 Fuß Macht die Lichter aus Und mit den Seed Bails würde ich sagen Warten wir mal bis wir mit dem Turn fertig sind Genau das sind hier nämlich 20 Grad Bank Ja Ja Deswegen ist nämlich auch die Restriction drin Von Maximum 220 Knoten Weil wir sonst diese Kurve hier nicht kriegen würden Zumindest nicht so wie sie angedacht ist Ja genau Weil hier sind ja auch zwei überlappende Airspaces Also hier unten jetzt eigentlich nicht mehr Aber es ist halt noch Abflugverkehr von Tegel Da muss man schon ein bisschen aufpassen Dass man das auch so fliegt wie es hier ist Wie es geplant ist Genau Ja ich denke wir fahren heute zwei ganz schöne Ziele Also ein ganz schönes Ziel Wir haben eine ganz schöne Route meinte ich Uns ausgesucht darunter an die Côte d'Azur Ins Mittelmeer Und ähm Ja jetzt sind wir ja hier aus dem Turn raus Ich würde sagen Wir freuen uns auf eine Stunde 40 Flug noch ungefähr Genau Dann machen wir die Seed Bails 1 noch aus Genau Und dann Damit wir die mit dem Service anfangen können Dann würde ich sagen Sehen wir uns dann gleich wieder Wenn wir im Crew sind Und unseren Anflug vorbereiten Genau Bis dahin Tschüss Hier ist die 14. November Foxtrot Squawk 1456 Squawk 1456 Easy shot We're not sure Damn son Damn 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 son Strength is just one isme so to Achso Still Ich bin auch Ich bin Jetzt Immer Ich bin Ich bin Schleuer Ich bin Ich bin ARD Text im Auftrag des WDR Okay, willkommen zurück. Jetzt sind wir noch genau 74 Meilen von unserem Top of Descent entfernt. Und ich würde sagen, wir machen uns mal langsam an die Descentplanung und dann auch an das Arrival Briefing, oder? Genau, würde ich auch sagen. Es wird zu langsam Zeit. Nicht, dass wir wieder unter Druck kommen. Ja, das geht ganz schnell. Wenn irgendwas schief geht, dann hat man auf einmal keine Meilen mehr. Richtig. Wir haben ja auch noch dann einen Approach Loads. Das heißt, da müssen wir jetzt so ein bisschen alles so klarstellen vorher schon mal. Genau. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz kurz die Arrival Route durch. Genau, das ist eine gute Idee. Dann stellen wir uns jetzt mal hier auf die Planungsseite. Und wir hatten ja schon gesagt, unser letzter Wegpunkt ist bei Bordi. Und dann nutzen wir die Bordi 6 Romeo Star. Und die geht verständlicherweise bei Bordi los. Da müssen wir schon unter Flight Level 170 sein. Da können wir schon mal gucken, ob das drinsteht. Ja, steht drin. Sehr gut. Dann geht es nach Amgel und im Left Turn nach Mikru. Amdel ist dieser Delta-W-Point. Das ist Delta 053 India. Das ist Amdel. Ich weiß nicht, warum da hier im Flight Management Computer nicht als Amdel dargestellt wird. Aber der Wegpunkt ist der richtige. Lassen wir das mal so. Dann geht es weiter nach November India Trifor Bravo. Das ist auch Piram. Das ist genau der gleiche Wegpunkt. Da geht es dann immer in Right Turn. Da gibt es auch keine Restriction. Da geht es in einem Right Turn nach Neras. Und das ist dann gleichzeitig unser IEF. Der Initial Approach Fix. Und von da geht es dann über einen interessanten DME Arc, der allerdings non-standard ist. So eine leichte Kurve. Mal sehen, ob ich da auch wieder hinterkomme. Genau. Zu November India 227. Und das ist dann unser Initial Fix für das ILS. Und da müssen wir aufpassen, weil das ist ein Turn, der ist stärker, kleiner. Warte mal, jetzt muss ich mal auf den Chart gucken. Der hat mehr als 90 Grad, der Turn. Das heißt, du fliegst quasi wieder ein bisschen zurück. Da musst du dann aufpassen, dass du auf den ILS gut draufkommst an der Stelle. Genau. Und vor allen Dingen Maximum 200 Nots. Genau. Mal gucken, dass die auch drin sind. Achso, stimmt. Genau, und in der letzten Turn Maximum 200 Nots ist drin. Perfekt. Super. Genau, Speed Constraint 200 Nots. Perfekt. Genau, dann haben wir uns den Arrival zumindest mal angeguckt. Dann machen wir jetzt noch unser Performance Planning. Genau, noch ganz kurz zum Gleitpfad. Wenn dann wahrscheinlich den Gleitpfad so in 4000 Fuß capturen, reicht ganz am Anfang. Dann geht es mit 3 Grad runter. Kurs von dem Gleitpfad 043 und unsere Frequenz 109.9.5 für die Left. Die Right ist, glaube ich, dann heute nicht für die Landung aktiv. Sagen wir es mal so, seit ich das letzte Mal geguckt habe. Und, ähm, ja, Wetter. Immer noch ganz kurz Wetter, was zu sagen. Wetter, machen wir gleich. Genau, also Wetter. Kannst du kurz machen? Ja, kann ich kurz machen. Äh, Wind is calm. Also, ich kann nochmal ganz kurz hier updaten, dass wir auch wirklich das Aktuellste haben. Aber ich denke mal. Ja, gut. Also doch, jetzt hat sich der Wind auch noch geändert. Der kommt aus 180 Grad mit zwei Knoten. Und, ähm, Visibility 10 Kilometer oder mehr. Äh, haben wir ein paar, äh, Wolken auf 8000 Fuß. Scattered at, äh, 26.000 Fuß. Also Höhenwolken ein bisschen, dann 17 Grad und Pressure, äh, 1004. Ähm, dann haben wir Trend, haben wir keine großen Änderungen in den nächsten zwei Stunden. Ähm, genau. Hat sich halt so, die Cumulusbildung hat sich ein bisschen beruhigt, sagen wir es so. Ja, zum Glück, genau. Das wollte ich auch noch erwähnen. Also, vorhin hatten wir ja noch da Towering, ich weiß immer nicht, ob das Kuhn... Wie heißt das? Towering? Cumulus. Cumulus, genau. Äh, in der Nähe des Airports. Das heißt, es waren eigentlich Anzeichen von Gewitter, aber die scheinen sich aufgelöst zu haben. Ja, genau. Das sehe ich jetzt auch nichts mehr. Beziehungsweise die Cumul-Olympus-Wolken, das sind die CB-Wolken, das sind dann wirklich die richtigen Gewitterwolken. Da geht's dann, muss man dann aufpassen. Hätten wir mal das Wetterradar zeigen können, aber das kann man, denke ich, im Sommer wieder genug zeigen. Hm, das stimmt richtig, genau. Ähm, jetzt rechne ich mal schnell noch die Performance. Ähm, wir werden mit... Ja, da gucken wir uns immer an, wo wir dann überhaupt abrollen. Ähm... Genau, das wollte ich auch mal kurz sagen. Ja, das ist alles, muss man sich... Äh, das ist Routine. Warte mal, Ground Chart. Also, ich würde fast sagen, wir können wirklich spätestens Echo Golf abrollen. Ja, Echo Golf. Echo Golf ist realistisch, würde ich sagen. Ich glaube, Foxtrot One... Ja, bei Bar sind wir 2600 Meter lang. Das ist echt nicht viel. Foxtrot One werden wir nicht schaffen. Ja, deswegen würde ich Echo Golf vorschlagen, beziehungsweise Golf One. Also machen wir auf jeden Fall Auto-Break Medium. Genau. Da sollst du das schaffen. Low reicht eigentlich auch. Oh, haben wir gerade Turbulenzen hier? Ja, es wackelt ziemlich, ne? Ich mach mal die Seedbelts an, ja? Ja, genau. Die Idee, danke. Und dann mach ich in der Zeit mal die Performance fertig für unsere Landung. Weil wir sehen uns nicht bald sinken. Also es wird gerade echt richtig wackelig, ne? Ja, Wahnsinn. Aber auf einmal... Ja, wir haben 39 Knoten Gegenwart. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Trefft kaum noch die Tasten. Hier im Süden der Alpen, da... ...ist der Wind, ja. Naja, da ist ja gut, dass jetzt es runter geht. Ja, genau. Stimmt, du bist ja noch mit Easy-Dock dabei. Da wird es ja noch ein bisschen schlimmer, oder? Genau. Richtig. Und ich hab das jetzt auch wieder mit dem Dynamic Head Movement ein bisschen eingestellt, damit es auch ein bisschen wackelt. Transition Level waren 6000, ne? Hatten wir vorhin, ja, ich hab schon 8000, 4 Hektopaskal aufs Wind. Unsere Minima auf der 0.4 Link sind, wenn wir den Mist Approach mitten im Kleidpark von 3,2% schafft. 210 Fuß, Parametric. Wir haben Cut 1, das ist bei mehr als 10 Kilometer Sicht auch mal nichts anderes. Und dann haben wir das auch fertig. Genau, können wir noch... Äh, wir sind noch ungefähr 30 Meilen so ungefähr weg vom Top of T-Saint. Genau, perfekt. Das ist doch wirklich super. Und wir haben jetzt eigentlich alles abgedeckt. Wir können auch vielleicht kurz die Go-Round-Procedure durchsprechen. Genau. Magst du? Ähm, warte, ich muss erst mal kurz das Chart finden. Hehe. Okay, oh. Ja gut. Also. Wir fliegen erst mal Runway Heading. Und dann bei 320 Right Turn mit maximal 200 Knoten. Ähm, und wir sollen nicht vor November Charlie nach rechts drehen. Dann sollen wir Inter... Also Romeo 117 intercepten. Alpha... Ich glaube, das ist Radial 117. Genau, genau. Ja, stimmt, hast recht. Radial 117. Auf, äh, Alpha Sulu Romeo. Warte mal, das ist... Dort. Ah, okay. Hm. Ja, genau, so. Und dann Tuneras, das ist da hinten, das ist IRF. Genau, da geht's... Climb 2000. Left Turn 087 to join Holding. Und climb 3000. Okay, alles klar. Ja, das ist interessant. Man soll bei Neras erst mal bei 2000 und dann in dem Holding offensichtlich auf 3000 Fuß steigen. Genau, join Holding und dann im Holding climb 3000. 3000, okay. Interessant, aber gut, das, äh, ja. Und hier gibt es noch eine Besonderheit, vielleicht mal kurz darauf hinweisen. Also es gibt ja zwei Go-Around oder Missed Approach Procedures, also nicht wirklich Procedures, aber es gibt zwei Verfahren für unterschiedliche, ähm, Steigraten. Die eine ist mit 3,2% Steigrate und die andere mit 2,5%. Der einzige Unterschied ist dann bei den Minima. Ja, also wenn ich schneller steigen kann, sind meine Minima logischerweise auch niedriger, deswegen... Oh, jetzt sollen wir schon wieder ein Center kontaktieren. Oh, schön. Äh, warte mal, sollen wir mal... Du kannst dann gleich den Descent requesten. Was ist denn das jetzt hier für ein Center? Ist das Italy Center? Mal sehen, ob ich den überhaupt kriege. Oh ja. Ja, wie dreht man denn bitte 4,5,5 ein? Hä? Und, oder dreh einfach mal 4,4 ein. Äh, 4,5, sorry. Ja, 4,5 hab ich ja eingedreht. 1, 3, 5. 4, 5, 5. Das müsste funktionieren. Ja. Ah ja, genau. Perfekt. Du musst schon die richtige Frequenz eindrehen. Kannst du gleich einen Descent requesten noch. Ja. Ja. Okay, Jan. Ja? Ich hab hier grad irgendwie ein Problem. Ich komm grad nicht mehr auf den Server drauf. Den Teamspeak-Server. Warte mal. This user is already locked in. Machen wir gleich. Mhm. Ich lass uns erst mal sinken. Ja, das stimmt. Was hat er denn gesagt? Auf Flight Level 1, 7, 0. Okay, mach ich mal, ne? Genau. Danke. Und ich kann... grad den Squawk nicht mehr eindrehen. 1, 1, 1, ah, jetzt wieder. So. So, und jetzt schauen wir mal nach dem Teamspeak. Ich geh jetzt einfach nochmal raus und wieder runter. Ich geh nochmal raus und wieder rein. Genau. So, jetzt ist es drauf. Milano Radar. Ne, hier steht this user is already locked in on the server. Disconnected. Was ist denn da los? Hm. Okay, auf alle Fälle können wir eigentlich immer kurz die Aufnahme wieder beenden. Wir sehen uns dann gleich wieder. Genau. Wir sehen uns dann gleich wieder. Dannetheil, son. Das war's. Das war's. Und, ähm, ja, dass wir die kriegen, werden wir jetzt grad langsamer, das hat ja auch alles eingetragen, schön. Und, äh, wir sind soweit fertig, haben uns grad noch ein bisschen geärgert, dass wir hier so lange rumfliegen müssen, ne langen Kurve. Ja. Aber gut, so sind die. Spendung hoch drei. Zum Glück verbrauchen wir nur virtuellen Sprit. Richtig. So sind halt die Regeln und da wollen wir es halt auch nicht ändern. Ich würd' sagen, wir können ja jetzt schon mal die Approach-Checklist machen, hm? Ja, kann man machen. Ich muss nur mal ganz kurz die aufrufen, hm? Oh, warte mal ganz kurz, das dauert noch kurz. Kann ja langsam anfangen vorzulesen. Na okay, vielleicht krieg ich's ja so hin. Approach-Briefing? Äh, confirmed. E-CAM-Status? Äh, checked. E-CAM-Status? E-CAM-Status? Ähm, are on. Sind on indeed. MDA? MDA, äh, Barrow 210. Checked, Engine Mode-Selector? Normal. Approach-Checklist, completed. Danke. Gut, hab ich auch so hinbekommen. Nicht schlecht. Das war wirklich total schwierig, wuhu. Kannst jetzt deine Aufnahmeprüfung bei Lufthansa machen. Oh ja, gleich zum Piloten, gleich hin. Genau. So. Jetzt haben wir Konzentration hier für den Localizer. Richtig, warte mal, ich muss mir gleich... Approach-Checklist haben wir jetzt gemacht. Hier, Landing-Checklist, okay. So, ich würd fast aber sagen, dass wir trotzdem jetzt schon mal in den Turn reinfliegen, damit wir kleiner 90 Grad haben. Ja, genau, würde ich auch vorschlagen. Und, ähm, na ja. Wir können ja noch warten mit der Approach-Phase-Activation bis zu dem Deceleration-Point hier. Genau. Du sagst, wann du es aktivieren willst, ne? Genau. Sag ich dir auch eigentlich, wann ich den Localizer aktiviert haben möchte? Ähm... Oder mach ich das selber? Ja, ich muss das selber machen. Gut. So lange der Autopilot an ist, musst du es selber machen, genau. So, jetzt drehen wir hier rein. Theoretisch könnte ich gleich schon Approach-Armen, aber... Ja, könntest du tatsächlich machen. So, das müsste jetzt eigentlich schon fast passen. Ja. Ich, ähm, engage mal Approach. Ich meine, der Initial Fix, der ist ja wie gesagt erst hier bei dem Charlie India Zero vor Lima. Das ist echt unglaublich, wie weit dieser Bogen ist, bis man zu dem Initial Fix hinkommt. Richtig. Aber gut, wir hatten das ja vorhin schon. Hier ist schon guter Traffic normalerweise. Also in echt zumindest. Ja, aber wie gesagt, in echt habe ich auch mal geguckt, diese Easy-Piloten heute früh oder heute Nachmittag sind auch den VOR-Approach geflogen. Die sind schon hier vor der Insel davon, die ihr jetzt hier gerade seht, auf 1 Uhr, sind die schon rumgeflogen. Das heißt, wir machen jetzt schon gerade einen Umweg. Wir fliegen halt die Standard-ILS-Route. Die sind halt VOR geflogen, halt ein Manual. Da sind die halt auf die Runway drauf. Ist halt ein bisschen schwieriger, aber weil wir halt nicht so oft nach Nizza fliegen, wollten wir jetzt eigentlich heute mal keine größeren Tests durchführen und machen wir es einfach mal normal. Genau. So, jetzt kommt der Localizer rein. Genau, der dreht sich schön langsam hier da rein. Wird wieder so ein Airbus Capturing wahrscheinlich. Ja, genau. So, weil das geht diesmal, glaube ich. Ja, das geht schon ganz gut. So, ich würde sagen, wir können mal jetzt Approach... Na, obwohl... Nee, nee, nee. Warte mal. Das wird er sowieso gleich automatisch aktivieren, wenn er über den Deseleration Point drüber fliegt. In der Hoffnung, dass er das schnallt, weil wir sind ja so ein bisschen links daneben. Jetzt hat er es. Jetzt hat er es. Ich würde sagen, Flaps 1. Okay. Flaps 1. So, jetzt kommt der Gleitpfad von oben rein. Genau. Lichter auch anmachen. Damit die uns da unten auch sehen. Und ich sage mal dem Tower-Lotsen Bescheid, dass wir auf seinem ILS sind. Genau. Kannst du nur kurz vorher Flaps 2 machen, bitte? Na klar. Speedcheck. Flaps 2. Nice Tower, good evening, EasyJet 43, November Foxtrot, ILS 04 left. EasyJet 43, November Foxtrot, Next Tower, good evening, continue approach, runway 05 left, number 1. Continue approach, 04 left, number 1, EasyJet 43, November Foxtrot. Da ist doch keiner mehr vor uns, oder? Ne, da möchten wir wahrscheinlich einfach nicht so früh die Landing Clearance geben. Wir sind auch wirklich noch netten, obwohl 11 Meilen sind wir noch weg. Jetzt habe ich mich gerade gewundert, warum der Gleitpfad so früh beginnt. Im Gegenteil zu meinem kleinen Trainingsanflug hier. Es ist mir gerade eingefallen, wir sind ja jetzt hier gerade auf 4000 Fuß und nicht auf 2000, wie ich war. Oh, du warst auf 2000 Fuß. Und Flaps 3. Speedcheck. Flaps 3. Genau, dann habe ich nämlich auch erst hier hinter der Insel habe ich dann übernommen, weil da ging der Gleitpfad bei mir erst los. Okay. Weißt du, weil ich war ja schon. Ich mache mal den zweiten Autopiloten noch an. Okay, kannst du machen. Ich mache den gleich so wieder aus. Aber Standard Procedure. Ich habe es mal irgendwo gehört zumindest, dass man, wenn du den Approach armst, dann kannst du auch gleich den zweiten Autopiloten anmachen. Ja, das kann gut sein. Ich kenne mich da mit diesen ganzen SOPs und auch die ganzen Procedures nicht ganz so aus. Ja, ist glaube ich auch überhaupt gar nicht wild, weil es gibt so viele verschiedene SOPs. Jede Airline hat halt ihre eigene SOP. Und klar, die Basics sind ähnlich, aber schon Unterschiede. Ich habe zum Beispiel auch schon mal eine Airline gesehen, die nimmt den Schub vollständig zurück bei den Minimums. Bei den Minimums? Ja, das soll das gehen. Doch, doch, genau. Da kneistert doch auf die Runway. Da kann Minimums, man hat den Schub zurückgenommen und dann, ja. Aber jetzt zum Beispiel ja, Minimums sind... Ja, also wir können das ja gleich nochmal weiterbereden. Jetzt landen wir vielleicht erstmal kurz. Landen wir erstmal, würde ich auch vorschlagen. So. Und... Flaps full. P-Check. Flaps full. Landing Checklist. Cabin Crew. Is advised. Autothrottle. Speed. E-Kin Memo. Landing No Blue. Checked. Landing Checklist completed. So. Und... Autopilot geht aus. Ja. Manual Flight. Gut aus. Wind Check ist immer noch calm. Stimmt, das hat sich ja so ein bisschen geändert. Ja. Ja, wir haben jetzt einen Knoten von vorn. Also ich meine... Mensch, der hat gerade ein ordentlicher Steigrate. Eigentlich geht es ja so mit 800 Fuß runter. 700. Der spult erstmal die Triebwerke wieder richtig hoch. So. Ja, aber wir sind so ein bisschen unter dem Gleitpfad gewesen sind. Und du jetzt nach oben korrigiert hast, ne? Genau. Der ging ja mit 11... Mit... Ach, der ging... Ich weiß gar nicht, wie viele waren. Aber jetzt so ist das Ganze in Ordnung. So, ich darf ja mal nach links rausgucken. Ja, du darfst alles machen, was du möchtest. Sieht nice aus hier. Naja, auch nur bedingt, ne? Ja, in echt sieht das natürlich alles nochmal besser aus. Ja, aber du bist so genau auf dem Localizer und auf dem Gleitpfad. Ich meine, was soll ich denn da sagen? Geschwindigkeit stimmt auch. Wind ist eh keiner da. Easy peasy. Gewöhn... Schau dich einfach ein bisschen um. Ich versuche ein bisschen zu landen. Gucken, dass hier alles anders ist. Guckt gut aus. Achso, der 1000 Crawlout, den hätte ich ja vielleicht noch machen können, aber... Ja, den höre ich ja auch. Genau. Ich finde, dass der Gleitpfad hier relativ steil ist, muss ich sagen. Ist aber ein normaler, 3 Grad Gleitpfad. Das kommt einem wahrscheinlich so voll, wenn man aufs Meer so zufliegt und dann sofort die Runway kommt. Ich finde das eh schwierig, über das Meer zu landen. Ich verschätze mich da meistens, es kommt irgendwie immer zu tief. Also da muss ich wirklich nur nach Gleitpfad fliegen. Ja, genau. Geht das auch so? Ja, das ist halt ein bisschen komisch. Wenn du auf einmal so noch bist, du noch total hoch und auf einmal geht so 40, 30, 20 und dann denkst du dir so, wow, ich war doch noch gerade eben viel höher. So, jetzt 100 above. 100 above. Minimum. Minimum. Continue laning. 100. 70. 60. 50. 30. 20. Retard. 10. 5. Und reverse. Reverse green. Decel. Und spoiler snap. Und manual brakes. Schaff mal lächelnd. So. Hier der nächste links ist Foxtrot 1. Sehr gut. Hast du es gemerkt? Nee, was? Ähm, 100 und dann auf einmal 50, 40, 30. Achso, ja genau. Ja genau. Das ist richtig. Ja genau. Das ist richtig. Entschuldigung. Unifor 3. November, Foxtrot. We can get it, Foxtrot 1. Unifor 3. Unifor 3. Unifor 3. November, Foxtrot. Taxi terminal. Ich schaue mir mal kurz das Chart an. Wollen wir 48 nehmen? Ach, 44 würde ich fast vorschlagen. Ja, nehmen wir 44, genau. Nehmen wir Gate 44. Also hier noch ein bisschen geradeaus und dann links ist Tango, ne? Genau. Ja, genau. So. Links kommt nichts. Sehr schön. Und von rechts kommt auch nichts. Chrono halte ich mal an. Zwei Stunden, sieben Minuten. Oh ja. Wir sind ein bisschen länger geflogen. Ja, genau. Komisch. Na, wir hatten ordentlich Gegenwind, aber trotzdem hat er es ja berechnet. Stunde 50. Der hat heute, unten Stunde 51, hat er glaube ich heute gebraucht. Ja, das hatte PFPX berechnet, genau. Ja, ich meine der echte Flug. Ach, der echte auch, okay. Wir fahren jetzt eigentlich über die alte Runway. Genau. Zero Five Left. Und jetzt hier links. Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, zur Landung kann ich jetzt schlecht was sagen. Es hörte sich jetzt nicht an wie ein Knall. War aber. Ja, die war super. Die war echt gut. Und von rechts landen finde ich auch immer noch ein bisschen. Das stimmt, das ist noch ein bisschen was anderes, aber ich mache das eigentlich ganz gerne. Weil ich kann schlecht Taxi machen von rechts. Ich weiß nicht, wo ich in der Mitte bin. Weiß jetzt vielleicht ungefähr so in der Mitte, keine Ahnung. Also rechts muss ich wirklich noch mehr an diesen Knöpfen da am, an der FCU orientieren. Das mache ich auch gerade so ein bisschen. Das ist gerade noch ein bisschen mehr nach links, also ein ganz kleines Stückchen. So. Ja, genau. Ja, so. Ich kann ja mal nach draußen gucken. Ja, du müsstest noch ein bisschen mehr nach links, um auf der Linie zu sein. Ich sage dir mal, wann du genau drauf bist. Okay. Weiter nach links, weiter nach links, weiter nach links. Noch weiter. Okay. Noch weiter. Wow. Jetzt bist du zumindest mit dem linken Reifen auf der Linie drauf. Okay, krass. Dann muss ich mich ehren, dass ich recht hier dran halte. Zwischen dem quadratischen Button. So, jetzt so, oder? Genau, genau. Und der Schraube. Genau dazwischen. Okay, gut. Gut zu wissen. Weil das ist nämlich rechts nochmal ganz anders, als wenn man links sitzt. Richtig. Ja, und ich glaube auch, dass die Mittellinie vom Flugzeug nicht genau wirklich in der Mitte ist, sondern eher auf der Captains Seite ist. Hm. Das ist irgendwie total komisch. Mit der Perspektive finde ich das total komisch irgendwie. Ja. Ich rufe mir auch mal GSX auf, damit ich hier wenigstens jemanden am Gate rumstehen habe. Ja, kannst du auch gleich schon mal Taxi-Light ausschalten. Genau. Ist aus. Sehr schön. Jetzt hier links rein. Genau. In so einer komischen Kurve, so wie es aufgemalt ist. Hm. Mehr oder weniger. Ja, ich fahre da jetzt ein bisschen, mache da mal eine freie Interpretation draus. So. Ja, das sieht doch super aus, genau. Jetzt hier noch ein bisschen in die Mitte rein. So. Sehr schön. Ich haue uns dann gleich den Ground-Power ran. Den Ground-Power, ja. So. Perfekt. Und angehalten. Parking-Break ist set. Und Power is on. Und die Engines gehen aus. Die Belze gehen aus. Sehr schön. Ich habe noch schnell die Beacon-Light ausgeschaltet. So, und die Boarding. Und die Hydraulik, schön. Ja, schön. Oscar, 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 Delta Alpha. Den Instaar, guten Abend, extra. Äh, gut, was ist denn? Da wollen wir schon auf Far-Left. Und erstmal Fenster auf. Das stimmt, frische Luft hier reinlassen. Sehr gut. Wie warm ist hier noch? 16 Grad. Das ist doch angenehm. Das ist sehr schön. Ja, Request Deboarding. Ich habe das vorhin schon erwartet. Fox-Golf-Faffal, WB-AV-O, WB-0.4-Gosche, Auto-Ris-Deco-Light. WB-0, WB-0.4-Gosche, Auto-Ris-Deco-Light. WB-0.4-Gosche, Auto-Ris-Deco-Light. Auto-Ris-Deco-Light. WB-0.4-Gosche, FB-0.4-Gosche, FB-0.4-Gosche. Dann sind wir so weit fertig, oder? After-Landing-Checkliste habe ich logischerweise schon gemacht. Ach so, ja. Parking-Checkliste. So, Parking-Checklist. APU Bleed? APU Bleed ist off. Engine Master? Off. Anti-Ice? Off. Seedbelts? Off. External-Lights? Off. Fuelpumps? Off. Parking-Break? Ist off. Sehr gut. Parking-Checkliste completed. Ja, dann danke für den Flug. Schöner Flug. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mal wieder, Chad Cockpit. Ja, genau. Mir auch. Haben wir das so lange nicht gemacht. Ja, das stimmt. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Mach mal. Mach mal wieder öfter. Pech doch mal mit der Dash. Oh ja, das stimmt. Die Challenge steht uns ja auch noch bevor. Das stimmt. Aber da müssen wir erst noch ein bisschen üben. Ja, genau. Da müssen wir noch ein bisschen üben, bevor wir das machen können. Aber das wird auch schon. Das kriegen wir auch noch hin. Gut. Dann würde ich sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommentare und Bewertungen sehr gerne. Schade, ich schupe. Und dann würde ich sagen, bis später. Bis zum nächsten Mal, genau. Also dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.